Ich verstehe, ich verstehe Twitter nicht, kann mir das mal jemand erklären? Ihr sind einfach Trending, nein nein, hier steht immer so Trending und dann Trends4You und dann steht der Hashtag sinnlich sexy senil. Nee, steht da nicht, da müsst ihr bearschen. Doch, das steht da. Ey, das tut mir leid, aber den Trend hab ich auch. Ist da oben. Ja, ich sag euch warum, ich sag euch warum. Ist irgendeine Show in Deutschland oder so? Richtig, da ist der Unterschied, da ist der Unterschied. Jo, ich seh einfach, nee, ich hab doch den Hashtag draufgeklickt, die sind irgendwelche nackten Menschen, Alter. Da ist Dennis im Fernsehen, ich seh ihn. Oh, krass, ja stimmt. Boah, das dürfen die so zeigen? Bei der Größe sieht man doch eh nichts. Also Twitter ist tatsächlich nicht so streng, was solche Sachen haben. Twitter ist ab 18, da darfst du alles. Nein, 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 das ist ja ein Foto von der Serie. Erst mal Nod wählst du aus und dann reden wir weiter. Ey, ich will aber nicht. Ja, dann... Weißt du, ist in Österreich zwar auch ne Show gerade auf Platz 1 bei den Trends, aber es sind einfach Dancing Stars, Alter. Ich will auf gar keinen Fall mit Teiji in einem Team sein. Ele kommt so zu. Hallo. So ein Verrat. Aber wenn ich auf deutsche Trends gehe, ich hab Meta auf Platz 1, DSG, das ist ein Fußballspiel, Matscheibe auf Platz 3, The Land auf Platz 4, ich hab das nicht. Das ist jetzt dein Problem, würde ich sagen. Ja, das würde ich sagen. Ich möchte auch sinnlich, sensibel, sexy sein. Senil, hast du vergessen. Achso, ja. Senil? Alter, ich will das nicht sehen. Wer hat das denn, hä? Wo läuft so eine Scheiße? Gott, ey. Deutsches Fernsehen ist einfach verloren. Das alles ist Deutschland. Oh. Deutsches Fernsehen ist einfach verloren. Germany. Ich liebe Deutschland. Also wer in diesem Jahr noch unter 40 ist und Fernsehen regelmäßig verfolgt, der hat mir irgendwas falsch gemacht. Uh. Die Kombi, Dennis. Was hast du gesagt, in diesem Jahr? Let's go, Jungs. Da hast du gerade gesagt, wer in diesem Jahr 40 ist. Oh. Alter, was für ein Set ich dabei habe. Danke für die Antwort. Was für ein Set ich dabei habe, Mann. Das wird lustig. Ich möchte anmerken, dass ich keine Steels touchen kann. Ja, danke. So, jetzt kommt die Rache, Alter. Zwango. Was? Tanz mit mir, den Zwango. Ja, ja, ja. Coco, Zwango. Ja, ja, ja. Strolch. Wirst du Schnarchnase. Jetzt habe ich... Du kannst dich einfach meine Hymne nehmen. Was ist das für Scherox? Jetzt habe ich sogar... Verwirrt, verwirrt, verwirrt alle. Wir sind alle jetzt verwirrt. Oh mein Gott, Scherox, du musst durchkommen. Das ist jetzt genau andersrum, sonst bin ich immer der Verwirrte. Ich wollte gerade sagen, für ihn ist das Normalität, der ist jetzt normal. Scherox, du hast einen Job. Mann, Scherox! Ich will dich das angehören. Mann, Scherox! Ja, was soll das, Mann? OG Denise. Ja, das sehe ich gar nicht einmal. Einfach wieder Speed 16. Ich wollte was für meine Thumbnail machen und das göttliche Spiel. Gleich haut der noch so ein Uffja hinterher. Uffja. Ich dachte, heutzutage sagt man Shish. Shish. Nein, das ist Quinch. Oder Cringe, ja. Genau. Jugendsprache, ey. Mir fällt gerade erst der Spitznummer ein. Schnaschnass. So, Stahl, komm mal her. Mann, komm her! Weg mit dir! Du Ehrenloser! Was für Ehrenloser? Was für Ehrenloser? Ey, ich setze da so ein kleines Viech hin und er drückt einfach Stahlstrahl. Ja, Digga. Gar keine Gnade hier, Mann. Haut ihr mich nicht raus? Ich weiß gar nicht, was das für ein Set ist, Alter. Ich hab ihn einfach mitgenommen. Ich hab ihn auch einfach mitgenommen. Wuuuuh! Ich wusste nicht mal, was war ein Volkant, bis zu dem Moment, wo er reingekommen ist. Oh, ich bin so süß. Hä? Aber ich dachte, Zwango tauscht die Abilities, aber der schert die dann nicht oder was? Nein, nein. Ja, genau. Der überträgt die nur. Scheiß. Aber ich hätte schon Lust auf so einen Dynamics-Queak-Kill, aber darf ich ja nicht. Ne? Nicht mal auf deinem eigenen Channel. Ist so, Alter. Wie ehrenlos kann man eigentlich sein, dass man auf seinem eigenen Channel deinen fragst. Oder gottlos ist mein Hobby. Okay? Ja. Korrekt. Ja. Ich weiß nicht ganz, was er uns damit sagen wollte, aber er hat bestimmt... Ich auch nicht. Du machst ja auch im norwegischen Antalya Urlaub, weißt du? Du kriegst trotzdem eine Sonne im Brand. Ey! Drahtstift, Mann. Der Drahtstift. Ich weiß was ich mich in der Frage, wo ist Chaya 1, Alter? Ich war doch eben schon da. Das war Gardevoir. Das ist dein erstes Monster. Achso, Gardevoir. Warte auf mich! Hast du irgendwie die absolute Verzögerung? Hast du vor drei Jahren den Move getrüft? Warte auf mich! Das kann sein. Das kann halt wirklich sein. Denn es braucht für viele Sachen ein bisschen länger. Alles gut. Ja, ja, ja. Fühlig. Wen trifft das? Okay, perfekt. Machen wir so. Schnarchnase. Ja, nice. Eine Runde schnarchen, dann vor Verwirrung selbstverletzen. Das ist eigentlich mein Tagesrhythmus, wenn ich hier dran arbeite. Das war mein Tagesrhythmus, wenn ich hier dran arbeite. Du bist ja komisch drauf. Ja, du strahlfisch. Oh, das war ja Damage, Mann. Oh, ist so richtig mies, ne? Ich arbeite ja im Krankenhaus und jetzt haben die zwei ganze Stationen nur für Covid im Winter gemacht. Und dann müssen wir den ganzen Blödschen jetzt ziedeln, Alter. Das fackt so ab. Damn. Hört sich nach Arbeit an. Ja. Gönn euch jetzt diesen Spitznamen. Normalerweise hocke ich im Büro und schaue Ochi Dennis Videos. Ja, ja, ey. Dafür wirst du bezahlt? Ja. Krass. Ich würde mir aber auch seine Videos auch nur angucken, wenn nicht bezahlt werden würden. Ja, sie. In der Freizeit mach ich sie nicht. Mehr? Okay, okay. Mehr brauche ich nicht. Mehr brauche ich nicht. Ihm geht's ja eh nur aus. Ja, ja, ja. Mehr brauche ich nicht. Mehr brauche ich auch nicht. Ja, hier, Junge. Ich geb dem Ding gleich ne Kopfnuss. Ja. Quieke. Guck mal. Wie kannst du es verantworten, so ein süßes Teil zu one-shotten? Hä? Es tut dir doch so leid. Die Animation von dem ist so cool irgendwie, ne? Quiekele ist schon hart süß. Quiekele ist schon hart süß. Ja. Quiekele ist schon cool. Aber, ja. Glaub ich dir, dass du den cool findest, so rücksichtslos, du ihn grad weggeschallert hast. Hat er aber auch verdient. Nein! Hat er auch verdient. Hättest du mal gerne eine next, ne? Böses Quiekele. Ich bin sauer. Xerox. Ich dachte du bist Dennis. Ja. Nicht die Dad-Jokes. Wir müssen jetzt auch gleich alle das nächste Mal synchronisieren, wenn wir mit Dad-Geräuschen. Dann machen wir alle so eins, zwei, drei. War mal, Alter. Eilt das Gott ja alles weg. Das liegt eigentlich fest. Das haut sogar ihn weg, damit er dann nicht gerechnet ist. Ja, Mann, Alter. Ui. Ach, nee. Salakberry. Ach komm, deine Beere kannst du ja sonst wo entstecken. Oh ja. Bist du noch damals? Egal. Komm her, Mann! Komm her! Ach komm, ist er schon wieder? Was ist denn los mit dir? Komm her. Habe ich getankt und jetzt verpiss dich. Ja, Schirungsneil. Raus mit ihm. Aber wir haben heute auch... Ich wünschte da mehr schon was auf dem Slot, das ich jetzt angreifen könnte. Stattdessen kriegt der das jetzt ab. Ich habe heute auch ein bisschen, wie heißt das, rekapituliert und dachte, dass eine VGC auf Sun & Moon, wo Land und die ganzen erlaubt waren, das war schon das Geilste. Jetzt kommt Abvitamin. Keine... 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 Keine Dynamics. Abvitamin, Alter. Verstehe, verstehe. Versteht ihr das nicht? Moin. What a while. OG Dennis... OG Dennis kommt aus Berlin, der kennt nur Tilidin. Ja. Mit Tilidin könnte was gebrauchen. Auch wenn hier alle deine Freunde sind, verpiss dich aus Berlin. Okay. So, was machen wir denn jetzt? Ihr dürft gegen Nachrichten... Ja, umscheine Stahlstrahl drücken auf meine kleinen LC-Bonds. Irgendwie... Ja. Let's go. Ich bin so ready. Komm her, Mann. Komm her, Digga. Komm du mal her, Digga. Komm du mal her, Digga. Komm her, Digga. Ja, du musst den eh tanken, aber komm her, für die Animation. Oh, den tankst du nicht so. Du machst den tankst du halt wirklich? Junge. Ich hab Ladevorgang gedrückt, ja. Das Leben ist da. Drachen... Ui. Warum denn ich? Hä, du hast eine... Ja, warum nicht, Alter. Du hast einen Titanolus. Also, wenn das Kackviech raus holt, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn er gefokust ist. Ja. Das ist mein letztes One, Digga. Hey, du kannst die Dinge halt absolut nicht. Hä? Ja, ja, ey. Sorry, das nächste Mal Dynamax ich. Du hast wohl Dynamax und Haus gewechselt. Ja. Ja. Das ist das erste Mal, dass ich FFA spiele. Genau. Und alles falsch machen, aber gleichzeitig nur. Ja. Ne. Ja. Ne. Zu Strafe kommen die Videos auf den Zweitkanal, Haji. Ja. Nächsten Mal. Guckt doch eh keiner. Ja. Ja, eben. Randal. Randal. Die Petzer, Alter. Randal. Die Petzer, Alter. Ja, Mann, Alter, sieht doch schon so aus. Boah, kennt ihr noch Mrs. Finster? Die war immer über den Kriegengeil. Äh, was? Ah, ja. Ich war mehr so der Gretchen Granzler. Jürgen, das war doch die mit der Zahnspange, oder? Äh, hä, ich fand den Kanzler eigentlich immer voll... Kanzler? Meist du Bob? Ne. Der Kanzler. Der Kanzler, Mann. Der Kanzler, Mann. Ich glaub, wir reden von verschiedenen Serien. Nein, der Schulpräsident, Mann. Weißt du den Schuldirektor? Direktor Brickley. Boah, die Animation sieht so geil aus, ne? Direktor Brickley. Genau. Der Kanzler. Ja, Mann. Nennst doch, wie ihr wolltet. Ah, guten Tag Frau Merkel. Warst du nie auf einer Schule, oder was? Bauschule, Alter. In Antalya. In Antalya. Das erinnert mich wieder an diese Straßeninterviews. Wer ist der Kanzler von Deutschland? Ja, der Hitler, oder? Ja, aber das war immer zu feiern, ja. Boah, Junge, diese Straßeninterviews, ne? Alter, nein, tricke ich jetzt die Feind? Nein, oder? Ach, Entschuldigung. Oh, was ist das? Ja, toll, Preston, wirklich, ey. Das ist dieser Premium-GPL-Content, von dem wir alle sprechen. Er verhilft jetzt meinem Team zum Sieg. Los, Brorius. Heiji, du musst jetzt Not angreifen, ne? Eine Maxen? Achso, okay. Ich überleg gerade, ob ich richtig hart rein trolle, oder ob ich den richtigen Move drücke. Scheiße, Mann, das ist nicht einfach. Ja, ja, ich glaub ich dir, Mann. Mach den richtigen Move. Wenn du einmal trollst, dann verzeiht es dir niemand. Oh, Kugelblitz. Oh, Kugelblitz. Leuder. Alles klar. Oh. Boah, das ist interessant, ja. Fliegen. Very interesting. Flammblitz. Ui. Hä, bist du komplett neu? Ich hab mir gedacht, das tötet dich eh nicht, also kann ich's auch drücken. Ich wusste ja nicht, dass mein Team-Kumpel fliegen drückt. Ja. Wir haben doch schon gesehen, Regeln sind hier anscheinend... Ich dachte eigentlich, der Mann fokust mich und nicht, dass der plötzlich emporsteigt. Hauptsache, ich werd angemacht, wenn ich deine Mächse gegen einen Blissey. Nee, aber Regeln ist hier echt ein krasses Fremdwort. Zubi für dich, Direktor. Ja, ist halt echt so. Ja, also ich hab nix gemacht und Heiji hat mich gefokust, also alles fein, ja. Niemand hat hier irgendwas gemacht. Der Einzige, der hier Regeln bricht, ist der Typ, der das hochladen will. Ach, ey. Ja, du hast auch Speeders sehen, ne? Der YouTube-Kanzler. Boah, ich auch. Ja. Der YouTube-Kanzler, alter. Also, ich kann mich an diesen Namen gewöhnen. Du musst es ja nicht abschlagen. Boah, ich dachte, vielleicht so mit einem Capri oder so? In deinem Freund vielleicht. Let's go, Ele. Ich hab dir doch im Privaten erzählt, wovon ich träume. Ach so. Sollte, das soll ich jetzt nicht hier so öffentlich machen. Alles gut, alles gut. Ich mach die Up-Mod und dann reden wir weiter. Okay. Was für ne Up-Mod? Ich dachte, ich mach jetzt hier weiter. Kann ich jetzt schon auf... Kann ich jetzt schon auf... Kann ich jetzt aufnehmen drücken? Ähm... Ah, scheiße, man. Ich hab das gar nicht aufgenommen. Ich schick dir die Audio-Datei dann in JPEGs, okay? Ich schick dir die Sinus-Linie. Ich hab das aber als schönes GIF für dich gespeichert. Was ist... Was ist JPEGs? Ein Bild? Ach nee, komm, das ist jetzt nicht dein Ernst, Mann. Giga-Luster. Jungs, ich bin in Berlin geboren. Was erwartet hier? Ich kenn nur Döner. Frag mal den Kanzler in der Schule. Vielleicht kann der dir das erklären. Mach ich. Mach ich. Ich frag meinen Kanzler in der Schule. Ich bin die Informatik-Kanzler. Wunderfragen. Meld ich mich wieder. Bis dahin sag ich haut da rin, kuft da in. Schaut auf gar keinen Fall bei den anderen Jungs vorbei. Und auf gar keinen Fall bei Heiji. Genau, genau, genau. Das ist ganz wichtig. Ja, ja, ja. Aber bei Heiji ist oben. Gar nicht... Wenn ihr Magic-Content besonders feiert, guckt bei Heiji vorbei. Dann geht... Dann kommt zum Magic-Kanzler. Richtig. Ich schicke doch Aufnahmen beenden. Das ist... Nee. Nee. Genau.